Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Rouge und wir machen heute Lektionen und Offenbarungen, sind also im Training, wir waren am Anfang auf einer Insel, dann hatten wir einen kleinen Schiffskampf und dann kamen wir in die Gegenwart nach Abstergo Entertainment. Und jetzt sollen wir hier das Training abschließen von Kegi Wosei. Ja, so müsste er theoretisch heißen. Das ist also ein Indianer und wir sollen ihn hier begleiten über die Bäume. Wir sollen also lernen. Zu manövrieren, hier über die ganzen verschiedenen Äste und sowas. Und ich wollte euch nur sagen, wenn euch die Videos gefallen, dann lasst mir einfach mal ein Like da und so, weil ich habe das Gefühl, dass Assassin's Creed Rouge kommt noch nicht so gut an. Also vielleicht ist es zu alt, vielleicht ist es aber auch einfach nicht euer Fall. Ich wollte das nächste Video dann machen, wenn ich so circa 20 Views habe, wenn ich auch 1, 2, 3 Likes habe, weil ansonsten macht das nicht mehr so viel Sinn. Okay, und jetzt geht es hier auch weiter. Das manövrieren war nicht so schwer. Ein Tier ausfindig machen. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt sollen wir auch noch jagen. Und wir bleiben hier oben auf dem Baum. Und sollen Adlerauge benutzen. Ja. Da haben wir einen Elch. Und den versuchen wir zu töten. Wir versuchen von oben anzugreifen. Nee, geht irgendwie nicht. Nee, Atemteil von oben geht nicht. Man muss wirklich so kämpfen. Okay, Kreis drücken, Dreieck drücken. Auf der Playstation 4 ist das so. Töten darf nicht grundlos sein. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. So, jetzt häuten wir den. Und dann gibt es Materialien. Jetzt benutzt, was ihr der Natur genommen habt. Und dafür gibt es das Anfertigungsmenü. Das sehen wir hier. Und ihr seht schon, Pistolenhalf da. Hier ist es. Fell des ostkanadischen Elchs. Bestätigen. Und jetzt können wir schon zwei Pistolen tragen. Sehr schön. Und dann gibt es hier Hasenfell, Gesundheitssteigerungen und so weiter und so fort. Also umso mehr Tiere man fängt und erledigt, umso mehr kann man bauen. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen. Super. Und damit haben wir das Training auch fast abgeschlossen. Jetzt sollen wir zu Achilles. Das sind wohl hier die Anführer dieses Bereichs. Das ist ja hier das Haus, was man auch bei Assassin's Creed 3 besucht hat. Das in Amerika mit Kenway und so. Und Connor. Black Flag. Das mit den Piraten in der Karibik. Das war woanders. Das war nicht hier so in dem Bereich. Oder? Nee. Genau. Von hier aus ist man nie richtig mit dem Schiff in die Karibik gefahren. Sondern hier hat man Schiffe nur abgeschickt im dritten Teil. So. Wie ich hörte, sagt ein bemerkenswerter Schütze. Wie großzügig. Danke, Mentor. Mein Schiff wartet, Achilles. Das Volk von Haiti kann eure Ladung gut gebrauchen. Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück. Verlorene? Die Templer stahlen zwei wertvolle Artefakte. Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt. Aber alles weitere obliegt euch, mein Freund. Lebt wohl, Adewane. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Und damit haben wir Mission abgeschlossene Erinnerungen. Zwei war das. Also wir sind noch ganz am Anfang vom Spiel. Und wir sollen jetzt Artefakte besorgen. Das ist also die nächste große Aufgabe hier im Spiel. Zwei Artefakte. Was die können, was die machen, wie die heißen, wie die aussehen. Alles wissen wir noch nicht. Das müssen wir alles noch herausfinden. Und wir kriegen gerade hier Hope Jensen einen neuen Animus-Datenbank-Eintrag. Also auch hier immer wieder neue Informationen. Auch über Adewale hier ein Animus-Datenbank-Eintrag. Hier sieht man dann auch als Sohn versklavter Eltern in Trinidad geboren. So, wenn ihr das mal lesen wollt. Adewale ist halt auch schon aus einem alten Teil. Könnt ihr das hier gerne mal durchlesen. Ich scrolle hier extra langsam runter. Damit ihr euch das mal angucken könnt. Ich habe es schon gelesen. Ich weiß also, wer Adewale ist. Und links seht ihr auch noch, es gibt noch den Achilles. Das war der andere. Hope Jensen weiß ich jetzt gerade nicht, wer das ist. Käse-Gowase. Das war eben der Indianer. Darüber kann man nachlesen. Und das finde ich halt immer ganz cool. Man kann über jeden NPC nachlesen. Über alle Orte, über die Schiffe, über die Lieder, über alles mögliche. Also hier auch wieder sehr gut die Datenbank gefüllt. Das ist ja auch so ein Steckenpferd von Assassin's Creed, dass die immer die Datenbank so gut füllen. Und da stand gerade was von Edward Kenway. Ja, wenn ihr gerade da nachlest. Da seht ihr also, die Geschichte verbindet sich immer mit den alten Teilen von den Spielen. Und hier Mentor hat dabei, den kenne ich jetzt noch nicht. Aber dadurch sieht man immer so die Verbindung zwischen den einzelnen Teilen. Und dass es immer um diese Templer-gegen-Assassinengeschichte geht. Und immer um diese Artefakte geht, die ja von einer früheren Zivilisation sind. Da will ich jetzt aber nicht zu viel drüber verraten. Sonst nehme ich euch die ganze Story von Assassin's Creed weg. So, und der Text ist relativ lang von Adewale, sehe ich gerade so. Wir machen jetzt auch mal Schluss. Ja genau, wir sind jetzt wohl auch am Ende angekommen. Und damit haben wir die Geschichte von Adewale gelesen. Ja, wenn ihr auf Pause gedrückt habt natürlich nur. Weil ansonsten habe ich euch jetzt zugequatscht. Hippie. So, Achilles, das war der. Das lesen wir jetzt aber nicht noch komplett durch. 30er Jahre des 18. Jahrhunderts. Aha. Naja gut, der hat auch irgendwie eine Story. Aber die ist viel kürzer als die von Adewale. Ich gehe dann doch mal ganz kurz runter, damit wir auch wissen, wer Achilles ist. Shay Cormack, das bin ich jetzt. Yeah. Und Shay Cormack wird jetzt hier noch was rumlaufen. Wir werden nämlich jetzt weiter die Gegend erkunden. Und zwar müssen wir jetzt dort unten zum Schiff. Ansonsten wissen wir erstmal gar nichts. Also zu den Docks. Und da sehen wir schon, das ist also bei Rouge neu, dass wir hier von dieser, ja wie nennt sich das, Villa jetzt auch auf das Schiff können und mit dem Schiff rumfahren können. So, dann gehen wir doch mal da vorne hin. Also bei Assassin's Creed 3 kann ich mich nur daran erinnern, dass man das Schiff hatte und dann verschiedene, unterschiedliche Ports anfahren musste. Also Häfen und da irgendwelche Missionen machen musste. Ich glaube nicht, man konnte selber fahren. Bei Blackfuck konnte man, glaube ich, erst selber fahren. Ich weiß aber nicht mehr genau. Wo uns die Templer-Sache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht. Wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Ihr habt's gehört, setzen wir Segel. Nun schauen wir uns also mal die neue Karte an. Schauen uns mal so ein bisschen an, wo wir jetzt hin können. Und wir sind in Halifax, April 1752. Wir haben nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreut der Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläufer-Schatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Geht ihm Zeit, Shay. Tut dies für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr was Achilles... So, und hier haben wir mal das Schiff an sich. Das können wir auch verbessern. Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt. Jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, unseren Brüdern in Europa und Andershofer traut werden? Orte des Lieblingssohns. Connor ist dein liebster und einziger Sohn. Danach will es erben. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Männchen. Abwarten. Was ihr mal hier sagt. Intelligente Assassinen. Nehmt mich noch einmal so und ich werfe euch das Meer. Ja, da haben wir mal gesehen, dass das Schiff viel stärker war, was jetzt hier als Gegner war. Das kann man an den Lebensbalken feststellen. Ich selber, also mein Schiff hat drei Lebensbalken und das andere hatte irgendwie acht Unterteilungen oder so. Dann schafft man das nicht. Aber wir wollen trotzdem da in die Richtung. Wir wollen nämlich links hier auf diese kleine Insel. Also nicht hier rechts, nicht nach Halifax und auch nicht zum Questpunkt. Ich will euch einfach erstmal nur zeigen, wie denn so das Erkunden ist. Das hier ist jetzt Jamaus. Das ist wohl irgendwie eine Felsenregion. Und da wollen wir jetzt erstmal hin. Also betreut der Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, was Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläufer-Schatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Wir. Achilles, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro. Über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt. Studiert das wenige Wissen über die Eben-Splitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Achilles, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt. Jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist dein Liebster und einziger Sohn. Danach Hilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. So, nun haben wir angedockt. Das muss man an den Gebieten immer machen. Und damit erkundet man die Gebiete dann auch erst. Erst wenn man angedockt hat. Ansonsten ändert sich auf der Minimap unten nämlich nichts. Und am besten dann noch oben den Falken für die Schnellreise freischalten. So, jetzt sind wir hier in Ja-Maus. Also den Aussichtspunkt. So, da steht zwar jetzt Schnellreise freigeschaltet. Aber ich glaube, besser ist es, wenn man den Aussichtspunkt wirklich auch freischaltet. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das habe ich jetzt noch nicht geprüft. Ich habe den Aussichtspunkt einfach jetzt mal freigeschaltet. Jetzt gleich gehen wir da ja mal hin. Aber vielleicht kann man auch so hier einfach hinporten dann. Ich bin... Ne, nicht synchronisiert steht da. Ich würde sagen, das muss man machen. So, was gibt es jetzt hier? Dadurch, dass ich das Game of the Year Pack oder Legendary Pack oder wie es auch immer heißt, gekauft habe von Assassin's Creed Rouge, sehe ich natürlich schon die ganzen Geheimnisse. Ja, hier sind also diese Fragmente schon auf dem Baum hier oben zu sehen. Na, da oben komme ich aber gar nicht hin. Das ist zu hoch. Okay, dann muss ich wohl anders lang. Dann seht ihr die Schiffe an der Insel. Mit der Schiffe kommen wir sofort auf unser Hauptschiff, also die Bötchen. Damit kommen wir sofort aufs Schiff. Dann braucht man nicht immer zum Schiff zu schwimmen oder so. Dann gibt es Truhen. Und was es noch so gibt, sehen wir jetzt gleich auch. So, hier ist eine Hütte. Bis jetzt ist hier aber keine Quest oder sowas. Das ist jetzt einfach nur Erkundung, damit ihr mal die Grafik seht, damit ihr seht, wie offen das Spiel ist. Und ihr habt ja auf dem Schiff gehört. Es geht darum, eine Vorläufer-Schatulle zu finden. Seht ihr, ich komme nicht da dran. Ich muss von oben dahin. Eine Vorläufer-Schatulle zu finden. Das ist von der vorigen Zivilisation. Das ist wohl ein Artefakt. Ah, hier haben wir die erste Truhe. Sehr schön. Und da haben wir noch irgendwas anderes. Ich muss hier mal unten durch. Was ist das denn? Das ist ein Brief. Okay. Ein Sammelobjekt. Erster Offizier. Animus. Datenbank. Ah, und jetzt kann man den Brief lesen, den man gerade gefunden hat. Okay, da geht es jetzt ein bisschen was um. Wieder ein Schiff. Ein Schiff wie dieses verdient den besten. Daher werde ich ihr Ruder nicht übernehmen. Ja, das ist einfach ein Brief vom ersten Offizier an irgendeinen Käpt'n. Und von daher können wir uns hier ein bisschen weiterbilden. Da steht schon wieder was von Besitz der Templer sind. Die Levensk-Familie aus Frankreich und die Deilde aus Louisiana. Ja, Frankreich. Unity waren wir ja schon. Kennen wir alles schon. Louisiana ist Amerika gewesen, waren wir glaube ich auch schon. Robert Falkner. Okay. Kriegsbriefe. Dann gibt es noch Höhlenmalereien. Und Fragmente vom Animus. Ja, sehr interessant. Okay. Und da ist eine Note. Da gibt es also wieder Musik. Shantys, wie das heißt. Da singen immer die Seeleute ihr Lied. Das ist echt viel, was man hier finden kann. Und da sind noch Truhen. Das holen wir uns jetzt noch schnell. Und beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall auch die Mission. Ach, hier muss man immer so hinterherlaufen hinter den Shantys. Die fliegen immer weg. Ah, komm her du. Nein, schnell. Ich habe doch eben gelernt mit dem Indianer, wie man das macht. Nein, jetzt habe ich es. Nein, jump. Ah, wunderbar. Da haben wir es. Und hier muss auch einiges an Fragmenten rumliegen. Man sieht ja die ganzen weißen Fragmente hier oben jetzt. Die sind also auf meiner Ebene, wo die genau sind. Ah, da vorne am Baum ist eins. So, und da ist der Aussichtspunkt. Dann gucken wir doch mal hier rum, wie schick es hier aussieht. Ah, wie immer. Ein Vögelchen. Oh, das Wasser. Mensch. Wie schön das da hinplätschert. Ah, sieht nice aus. Dafür, dass es nur für die PS3 entwickelt worden ist und dann auf PC portiert, muss man sagen, haben sie am PC doch da nochmal ein bisschen dran rumgeschraubt, dass es etwas moderner aussieht als auf der PS3. So, und da war ein Schwert auf der Minimap. Was ist das jetzt? Das nenne ich Beufel. Ein Schatz oder sowas. Ein Wikinger-Schwert. Missionsobjekte. Okay. Zwei von 15 Wikinger-Schwerter gefunden. Da muss ich also auch noch einiges finden, bevor das dann fertig ist. Und wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir auch wirklich die Story-Mission. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal so einen Erkundungspunkt zeigen. Das könnt ihr hier ganz oft in diesen Weltmeeren. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr gegen die Schiffe ankommt, die in der Nähe sind. Aber ihr könnt ihr einfach erkunden. So wie es ja auch in Unity geht. Irgendwelche Schatztruhen suchen. So, da habe ich wieder ein Animus-Fragment. Aber so könnt ihr halt auch komplett mit dem Schiff über die Inseln fahren, die Inseln erkunden, Sachen einsammeln. Aber beim nächsten Mal fahren wir die 2 Kilometer, also die 2100 Meter, auch zum Questpunkt und machen nur noch die Hauptstory. Also, das, was ich euch zeigen werde, wird nur noch die Hauptstory sein. Ich werde nicht mehr so nebenbei Sachen erkunden mit euch, damit ihr auch wirklich seht, was denn die Hauptgeschichte ist. So, und jetzt ist das auch weis auf der Minimap. Ich werfe euch ins Meer. Ja, die beiden sind auch gut drauf, Liam und Shay. Die sind sich auch so ein bisschen am Necken. Und wir müssen hier noch ein paar Sachen aufsammeln. Das mache ich, wie gesagt, ohne euch jetzt. Ich gehe jetzt nochmal über die Insel. Und beim nächsten Mal, wenn ihr einschaltet, dann sehen wir die Hauptstory. Also, Erinnerung 3. Bis demnächst. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.